Irgendwo zwischen Lenzburg und Wohlen liegt eingebettet in die idyllische Aargauer Landschaft das unscheinbare Dörfchen Villmergen. Hier, wo man es am wenigsten erwartet, gibt es einen, der macht auch die Größten sauber. Er befreit die Riesen der Straße vom Alltagstreck. Die Rede ist von Hans. Hans Wirth. Früher saß er selber noch hinterm Steuer. Zwischenzeitlich hat er sich in den Dienst der Sauberkeit gestellt. Wenn dann so ein wahnsinns dreckiger Truck wieder von hinten bis vorne glänzt, hat auch er ein Glänzen in den Augen. Hans. Mit Begeisterung im Einsatz für mehr Sauberkeit in der Schweiz. Kärcher. The difference is you. ... ... ...